zum bereits existierenden video zum attentat von auf john f kennedy zeige ich ihnen in drei minuten noch in kürze welcher platzkampf stattgefunden hat da oben ist das geburtshoroskop von linden johnson das ist seine progression das ist geburtshoroskop von kennedy und das ist seine progression wenn nun nach 55 jahren 54 jahren wie bei johnson die sonne radix also geburtshoroskop geburtssonne so gelaufen ist nach vorne und oben wieder zurück bis sie hier angelangt ist dann hat er vor einem jahr vor 1963 also 1962 ein jahr bevor das attentat begann hat er die sonne exakt auf seiner eigenen sonne im gegenbogen gehabt also ein paar monate vorher und das bedeutet nicht nur dass man gemeint ist sondern es findet ein also dass man von allen gemeint ist sondern es findet ein unerbittlicher platzkampf mit jemandem statt und der ist sehr brutal und geht bis aufs äußerste aber nur dann wenn diese beiden erstens zusammenarbeiten und zweitens denselben posten im auge haben oder inne haben also johnson war vizepräsident und kennedy war präsident und hier wurde geplant von johnson attentats gestirn polus und die sonne auf seiner sonne und natürlich kann kein mensch psychisch permanent seine eigenen gefühle meinen wenn er gedanken daraus macht also sucht er sich einen anderen und dabei eignet sich am besten der mit dem er zusammenarbeitet oder mit dem er sogar den posten teilt also in präsident ganz und in vizepräsident halb also hier muss dass die idee stattgefunden haben dass er den da den kennedy da unten in der zukunft eliminieren wird machen wir ein ja das braucht eine solche vorbereitung vorwärts und gehen auf den tag vom attentat dann befindet sich ausgerechnet und überhaupt nicht zufällig sondern fälligerweise die sonne die progressive sonne hier von kennedy exakt exakt auf der sonne auf seiner geburt sonne und dann kam er dran und abgespielt der plan hat sich abgespielt und blieb sitzen auf diesem attentat polus als die sonne von linden b johnson etwas über ein jahr auf der sonne auf der geburtssonne stand wenn die mitwisser die es heute noch gibt das nachschauen möchten dann können sie das dann kann man hier astrologisch genau sagen wann das ungefähr gewesen sein muss das müsste im mai im mai 1962 gewesen sein und im 22 november war dann kennedy's sonne auf der geburtssonne und auch er spürte oder muss gespürt haben dass hier ein platzkampf stattfindet ein revier duell aber kennedy wusste nicht wer das ist und der da johnson der wusste es also ich mache kennedy unten wieder genau hier auf den 22 november 1963 hier ist die sonne exakt auf seiner geburtssonne und das geht natürlich nicht dass wir zwei sonnen symbole aus verschiedenen zeiten im horoskop haben natürlich hat diese sonne da die progressive doch die radixsonne noch eine halbe sonne aber wenn sie dann aufeinander sind das ist die halbe sonne habe ich eingestellt das ist bei neptun er wusste nichts kennedy und bei linden b johnson war es bei muranus der plant der führt der kontrolliert der will und ist willentlich also wir haben hier die sonnen jetzt gezeigt er hat sie als kennedy die exakt war auf dem mars da hat bush also die sonne auf dem mars hat den krieg erklärt 2003 dem irak und sie zogen in den irak und johnson hat hier die halbe sonne auf dem uranus das heißt sonne uranus ich plane ich sauge einen anderen ab und kennedy war verloren denn jetzt kam die tat sonne mars die vorher auf polussonne geplant wurde kam jetzt zum zuge und die halbe sonne hat kennedy hier aber da war schon der neptun drüber auch die jahre davor also auch ein jahr davor ist er noch drauf und er wusste nichts das ist das nichts aber auch im nichts verbirgt sich etwas und das war in diesem fall linden b johnsons plan der sehr deutlich hier hervorgeht vor einem jahr davor anderthalb jahr davor und als dann seine sonne exakt auf dem mars also wie bush wir gehen in den krieg hier gegen eine person eben gegen diese sonne die er ja selber ist fällig war hier da war dummerweise oder schicksalsmäßig auch gerade die sonne von kennedy exakt auf seiner geburtssonne bei johnson ging das etwa 55 jahre und bei kennedy von hier aus nach hier 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 dann oben durch bis hierher ging das etwa 1970 bis 63 also 56 jahre 46 jahre das wollte ich noch zeigen das fehlt diese grundtatsache diese dieses grundübel überhaupt das zwei den gleichen posten bekleiden und einer zum hinterhaltigen täter wird kann natürlich nur passieren wenn sie eben äh das gleiche personifizieren also die gleiche das gleiche amt inne haben nur hat der eine eben nichts oder weniger zu sagen und der andere alles das konnte johnson nicht ertragen nenne das den platzkampf oder man kann auch revier kämpfe nennen egal das ist nicht ein mitarbeiter mit seinem chef oder so wo die positionen klar ausgelegt sind aber wenn zwei präsidenten sind und beim einen steht vize davor dann wird es gefährlich das gehört noch als zusatz ich glaube es sind ein paar minuten jetzt gewesen zu dem video zwischen den rivalen johnson und kennedy also johnson war der rivale von kennedy nicht umgekehrt kennedy hat er sein ziel erreicht gut das wollte ich ihnen noch zeigen das ist der 22.11 hier die roten zwei 1963 am tag vom attentat auf kennedy der dann leider verstarb hier sind die halben sonnen hier 1963 und bei kennedy sind beide 1917 radixier und 1963 im gegenbogen das ist ja das licht und der schatten weil es ja hier ist das strichlein oben gegen oben gerichtet und hier gegen unten also auf der unteren linie und steht bei neptun also er hatte keine ahnung er wusste von nichts und diese halbe sonne steht auf dem population von johnson von linden b johnson der das ausgeheckt hat vor einem jahr vor anderthalb jahren anderthalb jahre davor damit ist dieses nun geklärt und nicht mehr so wie im video auf einen realen verdacht beschränkt sondern hat sich nun mit dieser einen darstellung erhärtet erhärtet alles gute hat g 1 2 0 0 0 0 0 0 0